Sein Gesicht ist doppelt. Das ist schon besser. Ich spüre die Power jetzt, wo ich meine Uniform zurück habe. Stimmt. Mit diesen Sträflingsfetzen konnten wir nicht richtig zuhauen. Oh nein, der wird schon mein Part. Ah, Kunio, du hast deine Uniform zurück. Jaja, frag mir mal, warum du so mit Daiki rumgemacht hast. Da siehst du, falsch, ich könnte niemals etwas mit wem anderem anschauen als noch, ey. Würde dir gern glauben, aber... Wir kennen dich, ey. Was ist los? Wir haben jetzt keine Zeit für diese Tussi. Wir werden gejagt. Schon vergessen? Zeit abzuhauen. Wenn nennst du Fugi hier bitte eine Tussi? Was? Frag mich, was dein liebster Kuyoku wohl gerade macht. Was hast du über Kuyoku gewummelt? Während ihr weg wart, hat Daiki unsere Schule übernommen. Der Hana Zono High School ist das Gleiche passiert. Ach du Scheiße. Stimmt ja, Daiki hat davon gesprochen. Hat er wirklich die Hana Zono High School zerstört? Hana Zono. Ich weiß nicht, ihr solltet selber mal nachschauen. Kommt dir erstmal hin, ey. Kommt dir alles nicht merkwürdig vor? Was machst du? Ist doch komisch. An beiden Schulen geschehen seltsame Dinge. Und gerade in den drei Tagen unserer Abwesenheit. Vielleicht hat irgendwer das von Anfang an angefädelt. Lass uns mal an der Hana Zono High School umsehen. Genau. Was ist mit dir? Kommst du mit, uns? Spinnst du? Ich mach mir zwar Sorgen um euch, aber... Nun, wie du meinst. Erleicht ja dein Geschäft. Es sieht aus, als ob sie dir dein Ei hinlegen, ne? Ja, hab ich doch gesagt. Ich sag nichts. Warte, Kunio, warte bitte auf mich. Misaku ist dabei. Misaku, ey, geil. Ich glaub, die kann man jetzt auch nehmen. Ja, meinst du? Glaub ich. Oh. Ihr gehören. Diesmal kommt ihr mir nicht. Allein schon mal diesen Wertefaktoren nicht schlafen. Wer ist der Geist? Äh, Kreis. Er ist ein spezieller Freund. Und etwas unausgeglichen. Wir müssen wohl gewaltsam durchbrechen. Zur Hölle mit euch, ihr Bastarde. Diesmal zeige ich keine Gnade. Aufhören. Hör auf, Vater. Mabosu, lass uns den Unsinn sein. Lass mich los. Renn weg, Kunio. Und du hältst noch zu diesen Verbrechern? Du irrst dich. Eher Unfall zu tun. Nix mit dem Unfall zu tun. Jetzt lass mich sofort los. Behalt euch. Renn schnell weg. Genau. Jetzt kommt wieder Benny Hilsi. Ja. Jetzt sind wir schon wieder Highschool. Was zum? Dieser Ort ist eine Ruine. Das kann nicht sein. Riki, bist du das wirklich? Wir können deine Hilfe hier brauchen. Hey, Nobu. Was ist hier geschehen? Nachdem du weg warst, übernahm Ryuta die Kontrolle. Wir wurden gegen unseren Willen zur Arbeit verdonnert. Und nicht nur wir. Man sagt, einige Leute von der Niketsu Highschool wurden ebenfalls zum Arbeiten gezwungen. Was? Eine Diamantmine. Ja, glaube ich dann auch. Im Vergnungspark am Stadtrand. Ryuta hat das meiste Geld selber eingesackt. Dieser Bastard. Wenn ich den finde. Es sieht so aus, als würde er vor irgendwem benutzt. Es gibt Gerüchte über einen Typen, der das Geld, welches die Studenten der Highschool verdienen, abholt und einsteckt. Ich bitte euch, prügel diesen Ryuta etwas Anstand ein. Das ist kein Problem für uns. Wir haben hier jetzt Misako von unserer Seite. Die legt Eier und die Gegner rutschen drauf aus. Verdammt. Dick. Hey, meinst du nicht, die Schule ist langsam kaputt? Genug. Nee, anders brechen die beide zusammen. Brechen die beide zusammen. Kacke. Frag mich nicht. Ryuta sagt was. Hä? Von der Niketsu. Alles gut. Versucht ihr hier. Okay. Oh mein Gott, ihr müsst die schützen, oder was? Nee, ich kann die, glaube ich, benutzen. So, vielleicht, wenn du tot bist. Alter, der packt mich. Was geht? Ich probier mal ein bisschen aus. Da haben wir es schon. Oh, Alter, Misako. Ja, auf Select kann man die wechseln. Oh, nicht. Du hast keine Ahnung. Oh, hast du gehört? Puff, Puff. Slap. Slap, genau. Bitch, Slap. Aua. Alter, die hält aber nicht viel aus. Hey, komm, lass mal jetzt ernsthaft machen. Ja, warte. Sind nur Zwischengegner, oder? Ja, echt, ey. Bam, bam. Ich finde die cool, ich überhalte dich erst mal. Wie du meinst. So, irgendwie dazu. Bam, bam. Oh. Was ist da denn passiert? Ja, ist eingestürzt. Ist klar. Die Schule ist ja schon so beschädigt. Bam, bam, bam. Die Lehrer sind alle schon geflüchtet. Also, ich muss sagen, die Soundeffekte ist nicht cool von dem Spiel. Es ist bam, bam, bam. Von ihr. Ich verstehe, das ist wie das Double Dragon Prinzip, ne? Kann das sein? Ja. Du hörst aus in Ihrem Blick. Zack. Ich geh auf den Wurfkund. Du musst irgendwo nur Gegner sein. Das ist versteckt. Wie hast du ihn gepackt am Kragen? Irgendwie ja. Hä? Was war ich denn da? Schlag ihn! Du hast dich auf ihn draufgesetzt. Ich konnte mich so aufgesetzt, aber ich konnte nichts machen. Schatz mal auf die Handschlag-Taste. Wahrscheinlich. Ist aber hoch, ey. Geil, sowas gibt hier auch. Ey, das heißt, du musst aber auch einen Tussi kriegen noch, ne? Wenn ich eine Tussi kriege. Wahrscheinlich seine Freundin halt. Oh. Die kommen bestimmt nach dem... Pfff, 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 das sind wir Psychos. Ja, halt fest. So, komm schon. Ey, das Spiel wird immer besser ohne Witz. Ja, stimmt. Das spricht auch, yo. Yes. Siehst du das? Oh, ey, du verprügelst ja nicht ordentlich am Boden. Ja, sie leck mich am Arsch. Ah, da hinten sind noch irgendwo wieder welche. Ey, das macht so Laune. Das ist richtig geil. Gleich mal wieder drauf hier. Ey, ihr habt ne Geschoss. Du bist auch ein Weichei hier. Geh weg, lass mal ein Papa ran. Papa. Papa. Ich hab' mir die Gegner auf der Etage. Paar mal ne Kle... Genau hier, Papa mach' mal hier. So. Ey, mit... Kannst du euch doch selber treffen? Ne, das ist Spielmodi. Wir hätten wir eine andere Spielmodi einstellen müssen. Am Anfang hast du ja vier Spielmodi zur Auswahl. Okay. Wow, da haben wir das... Was soll ich denn sagen, ne? Ich bin gewohnt immer... Ich bin aus dem Skype-Gespräch immer gewohnt, komm schon, Deke zu sagen. Aha. Deke. Der Boden bricht ein. Ah, ich muss weg. Oh, die kann man aufwerfen. Genau, mach du mal den und ich geh nach unten. Mach du mir den hier. Oh ja, mach nur. Dem hier. Dem hier mach ich, genau. Bäm, 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 dem hier. Nimm das, nimm dies, nimm das, jenes und hier und... Oh, tut man halt dem hier. Warum setzt das jeden? Weiß ich nicht. Auch wieder links, ne? Joa. Aber es ist cool, dass du zwei Charakter hast, wenn der alle tot ist, kannst du dann mit den anderen spielen. Oh, ja. Ja, nur ich nicht. Ne, du hast halt, du bist einsam. Noch nicht. Jetzt mal gucken, wie die... Ist das hier Horiroshi oder wie er heißt? Ne, den will ich nicht. Kannst du nicht entscheiden. Klack dir mal um, ich will mal gucken, wie ich mich auf die draufsetzen. So, mit der kann man sich gar nicht draufsetzen auf irgendjemanden. Ne. Die ist voll Käse. Ne, der hat ja auch nur eine Socke an. Ja, aber das wäre witzig. Also, ich kann mir keinen schöneren Tod vorstellen, als von einer Frau entrückt zu werden. Ja, deswegen. Es soll ja keine Belohnung sein. Ja. 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 Ja.